Das beste Beispiel überhaupt ist, wie ich mir mein Geburts- oder mein Alter merke. Ich bin 89 geboren. Das bedeutet, ich bin 90, also 1990 ein Jahr alt gewesen. Nimmt man also jetzt von 1990 die letzte Zahl, bin ich ein Jahr älter als das Jahr. Sprich, 90 ist eine Null, mein Alter ist eine Eins. Sprich, ich bin ein Jahr älter als das Jahr. Seit 2000 nehme ich die letzten zwei Zahlen. 2011 war ich, wurde ich 12. 2015, 26.